Ein Euro oder Mystery Box? Ja. Achso, ein Euro oder Mystery Box? Ja. Mystery Box? Ja. Mach auf. Warte, 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 warte. Stell dich mal erst mal vor, wer bist du überhaupt? Ich bin Arthanas, a.k.a. Ich bin Multimillionär. Wie läuft's so in deinem Leben? Läuft gut, Chaya ist gut. Ich bin auch jetzt, wie gesagt, der neue Präsident von Hannover. Ich hab gehört, du hast einen neuen Wagen geholt? Ja, der steht auch da hinten. Was für einer? G63 2023 in weiß. Ja, mach mal auf. Zeig mal in die Kamera. Dankeschön, auf jeden Fall.